Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Da ist die Hereingabe. Spektakuläre Rettungstat von Neuer lenkt den Ball über die Latte. Sieht gefährlich aus. Benjamin Pavard, super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Kingsley Coman, ganz starke Aktion vom Torhüter. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann Sonnending dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Das könnte die Führung geben. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Miha Gacinovic, er kommt noch an den Ball. Der Schiedsrichter werte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020